Wenn du die Katze antippst, damit sie 10 Schritte geht, dann stelle dir doch einmal die Frage, wofür die Katze vorne ist. Unterhalb der Bühnenansicht siehst du die Eigenschaft Richtung, deren Wert momentan 90 beträgt. Tippe oder klicke einmal die 90, um einen Auswahlkreis zu öffnen. Durch Klicken und Ziehen des Zeigers legst du fest, wofür die Katze vorne ist und in welche Richtung Gehe 10er Schritt dadurch ausgeführt wird. Änderst du den Wert 10 in der Anweisung um in minus 10, so lautet die Anweisung Gehe minus 10er Schritt. Die Katze läuft nun rückwärts. Musik 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 Wenn Taste Leertaste gedrückt, sowie den Anweisungsblöcken Ändere X um 10 und Ändere Y um 10, insgesamt vier Skripte so zu formulieren, dass sich die Katze mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur in vier verschiedene Richtungen steuern lässt. Am besten hältst du das Video an dieser Stelle kurz an, bevor du die Lösung anschaust. Viel Erfolg! Musik 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 Wie du vielleicht selber herausgefunden hast, kann man auf das Wort Leertaste klicken und eine andere Taste auswählen. Und schließlich muss in zwei der vier Anweisungsblöcke für Ändere X um 10 bzw. Ändere Y um 10 der Wert 10 als Schrittweite geändert werden in Minus 10. Klicke anschließend oben auf den Reiter Kostüme. Du siehst dort die beiden Kostüme der Figur Katze, die sie anziehen kann. Mit dem Zeichenprogramm in der Mitte von Scratch kannst du nun ein Kostüm bearbeiten oder weitere Kostüme hinzufügen. Viele Figuren im Scratch bringen übrigens mehr als ein Kostüm mit. Du hast bisher die Kategorien Bewegung und Ereignisse kennengelernt. Weitere nützliche Anweisungsblöcke findest du in den anderen Kategorien, zum Beispiel in der Kategorie Aussehen. Probiere einmal die Anweisung nächstes Kostüm aus, indem du darauf klickst oder tippst. Die Katze scheint animiert auf der Stelle zu laufen. Änden 말씀 um 10tes Kostüme und Ereignisse k Trent topped auf der Stelle. lets deiner Kostüme und Ereignisse kΙt und echte Kastrüme angeset. In den drei Jahren hier in der Folge be consistency. Und daexp Kraft werden brauchst du wie ein Kostürme, der Physian auch Corporate oder gab es die Angemittelwark. Pläde oder Konpfatten erfären, nachhaltende Karzyme, NSD-19 зак Не asteroentes ging auf der Stelle hoch wie im J um 10telle Kostüme. Frucht dichisti und v основ diagnost trucs aus dem Mat Init bạn herausnehmen und befreunde Schmerundern und optimize werden. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn du ganz rechts in Scratch auf das Wort Bühne klickst, aktivierst du das Bühnenobjekt und die Beschriftung des Reiters Kostüme ändert sich um in Bühnenbilder. Über das Menü links unten mit dem blauen Punkt kannst du nun weitere Bühnenbilder hinzufügen, zum Beispiel mit dem Menüeintrag Lupe aus der Galerie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020